Herzlich willkommen zu unserem Format Wortwechsel. Heute geht es um unseren Antrag, Verursacherprinzip stärken, Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen einführen. Bei Gütern ist es einfach so, also das erzählen mir Leute schon jetzt, dass wenn der Dieselpreis hochgeht, dann geht mehr auf die Bahn. Wenn der Dieselpreis wieder runtergeht, geht er viel von der Bahn runter. Der Verursacher ist ja nicht der Logistiker. Dieses Konsumverhalten in dieses immer bequemer werden und ich muss nichts mehr tun, um Sachen zu konsumieren und ich produziere dadurch Verkehr. Das ist einfach viel zu wenig und diese Diskussion führen wir viel zu wenig im Kontext vom Güterverkehr, sondern wir sagen immer, der ist in gewisser Weise notwendig. Das ist auch so, aber es ist immer noch eine qualitative Dimension dahinter und da muss man natürlich auch hingucken. Und da gibt es sicherlich auch Ansatzpunkte, die man stärker berücksichtigen sollte und wo sich jeder auch irgendwie selber an die eigene Nase fassen muss.